Hallo liebe Widder, willkommen bei Sharmak Tarot. Ich möchte heute gerne Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den Winter 2024. Der geht ja noch bis in das Jahr 2025 mit hinein. Da schauen wir uns gerne an, ja, was euch da erwartet, was auf euch zukommt, was möchtet ihr, wo liegt das Hindernis, die Blockade, was möchte näher angeschaut werden und wie geht es dann weiter. Ja, ich habe hier schon ein bisschen was ausgelegt und es folgen natürlich noch weitere Karten. Ich beginne hier mit den Orakelkarten da oben. Ja, Merkur, Venus. Die Venus steht ja für Beziehungen jeglicher Couleur, sei es Freundschaft, Familie, Partnerschaft oder Geschäftsbeziehung. Und hier Merkur. Merkur ist der Kommunikationsplanet. Es wird hier über eine Verbindung gesprochen. Beziehungsgespräche stehen hier an. Man spricht darüber, ob man eine Verbindung, einen Vertrag eingehen möchte. Hier kann auch so etwas wie Vitamin B angezeigt sein, ja, dass man hier die richtigen Kontakte findet, um hier geschäftlich weiterzukommen. Ja, vielleicht in seltenen Fällen hinterfragt man hier, lohnt sich eine Verbindung für mich? Ja, sprich, wie sieht das langfristig aus? Oder vielleicht geht es hier auch um die Finanzen innerhalb einer Verbindung, ja. Wenn zum Beispiel jemand, der sehr wenig Geld zur Verfügung hat, sich in jemanden verliebt, der aber total reich ist, dann ist da ein Ungleichgewicht. Passt das zusammen? Kann ich mir auch vorstellen. So, dann haben wir hier den Kummer mit der 45. Ja, irgendein Kummer nagt hier an dir. Etwas scheint etwas schwierig zu werden. Muss gemeistert werden. Ein Hindernis, eine Blockade. Aber wir sehen hier gleich als Folgekarte 46, Quersumme 10, Abschluss, Erneuerung. Also irgendein schwieriges Kapitel wird zum Ende kommen. Und dann startet man quasi bei Null, ja, in eine neue, fruchtbare Phase. Ja, man kann vielleicht auch etwas erneuern, etwas neu aufbauen, vielleicht eine Beziehung reparieren, sowas in der Art. Mach dir nicht so viele Sorgen, lieber Wilder. Der galaktische Pilz ist mit dir. Die göttliche Matrix, 24, Quersumme 6, steht ja für den Erfolg und auch für das Zurücklassen von Hindernissen, Schwierigkeiten, Konflikten. Also das Universum arbeitet hier schon mit. Und ja, wenn du jetzt dein Flugzeug verpasst, ja, du hast da Urlaub gebucht und dann hast du deinen Flieger verpasst, dann ist das so vom Universum geplant, ja. Dann soll da was anderes kommen oder dich vielleicht auch vor etwas schützen. Ja, ein Höhenflug, 20, Quersumme 2, 2. Kälche, 2. Stäbe. Irgendeine Entscheidung beflügelt dich hier. Also irgendwo ist hier ein Höhenflug möglich, also hohe Geschwindigkeit, aber vielleicht musst du dich dafür erstmal entscheiden. Und hier haben wir Ordnung schaffen mit der 21, Quersumme 3. Ja, du musst auch Ordnung schaffen, vielleicht auch innen aufräumen, ja, damit das hier kommen kann, damit es passieren kann. Interessante Karten hier auch im Tarot bei dir. Ja, wir haben hier den Ritter der Schwerter. Der steht ja auch für Kommunikation, Gespräche. Allerdings reitet der Ritter hier in die Vergangenheit, ja. Es ist möglich, dass du hier noch irgendwas an Altlasten hast, ja. Dass die Vergangenheit nochmal an deine Tür kloppt und du musst da was klären. Ich sehe dich hier etwas wütend in Bezug auf die Vergangenheit, ja. Rebellisch, möglich auch direkt, kalt, radikal, ja. Vielleicht ist da irgendwas aus der Vergangenheit, wo du da nicht so gut behandelt wurdest oder wo du dich sehr geärgert hast. Und wenn da jetzt noch einer kommt, dann sagst du so, jetzt ist Schluss, dann reitest du hier mit deinem Schwert los und wirst hier knallhart mit dem Schwert das abschneiden, was du nicht mehr brauchst oder was dir geschadet hat, möglicherweise. Dann auch hier die Sonne, die Sonne im Rücken. Die Sonne ist umgekehrt gekommen. Die Sonne ist ja die schönste Karte im Tarot, die beste, die erfolgreichste. Ja, die ist umgekehrt. Dir fehlt die Klarheit. Irgendwo fehlt dir die Klarheit. Hier ist etwas Schönes für dich da, für dich in Vorbereitung, aber du siehst das nicht oder vorerst erkennst du es nicht. Deswegen, der Ritter der Schwerter kann auch Fluchtenergie anzeigen, dass du davor wegrennst, weil du es nicht so richtig begreifst, nicht verstehst. Was ist das jetzt? Ja, und dann auch hier zwei umgedrehte Kelchkarten. Sieben der Kelche und drei der Kelche. Sieben der Kelche ist, ich habe die Qual der Wahl. Ich habe so viele Wahlmöglichkeiten, kann auch Überforderung sein oder auch Missverständnisse. Bei den Kelchen geht es um die Liebe. Es geht um Herzenswünsche. Kann natürlich auch im Beruf für Herzenswünsche stehen, dass man vom Herzen etwas ganz Bestimmtes machen möchte. Ja, hier ist sehr viel Unklarheit. Diffus. Was will ich? Was will der andere? Keine Ahnung. Ich stehe hier im Nebel und irgendwie fühlt sich das auch unangenehm an. Man tapst da die ganze Zeit in so einem Nebel umher. Hier auch drei der Kelche ist eigentlich auch eine sehr schöne Karte. Ja, Frieden schließen, miteinander fröhliche Zeiten erleben, glücklich sein miteinander. Und das ist hier umgekehrt gekommen. Zusammen ergibt das zehn der Kelche. Und zehn der Kelche ist Happy Family Karte. Ich bin glücklich, mir geht es gut, ich habe die Liebe, die ich mir wünsche an meiner Seite, ich habe den Job, den ich mir wünsche. Ich bin einfach im Herzen offen und frei, weil es mir gut geht, weil ich glücklich bin. Und das ist hier umgekehrt gekommen. Also hier ist ein gewisses Glück versteckt, was du aber scheinbar nicht erkennst oder es gibt Hindernisse, Probleme. Drei der Kelche kann auch eine Konkurrenzsituation anzeigen, ja. Dass entweder, wenn es hier um die Liebe geht bei dir oder bei deinem Wunschpartner, noch eine weitere Partei mitmischt und das Ganze hier undurchsichtig macht. Eine Drittpartei muss nicht zwangsläufig heißen, dass da noch ein zweiter Lover dabei ist oder eine zweite Geliebte, ja. Oder dass es jemand verheiratet ist. Das kann auch bedeuten, dass da, ja, vielleicht innerhalb der Familie, ja, Familienstrukturen jemand noch dabei ist, der da auch Aufmerksamkeit haben möchte. Oder, ja, dass jemand zum Beispiel auch extrem beruflich engagiert ist und da sehr viel Energie reinsteckt. Und das fühlt sich dann so an, als wäre da noch ein weiterer mit dabei, ja, weil es so viel Zeit abzieht. Hier ist aber auf der Unterseite des Texts das Gericht. Das Gericht ist die Offenbarung, ja. Das Gericht sagt, komm her, jetzt musst du dich dem Ganzen stellen, ja. Gericht kann auch anzeigen, dass jemand aus der Vergangenheit zurückkommt für dich. Ja, jetzt ist Tacheles angesagt, weil nach der Gerichtskarte kommt ja die Weltkarte, ja. Ja, also hier ist so ein Weckruf und entweder jetzt machst du es, jetzt gehst du da rein, jetzt stellst du dich dem Ganzen oder vielleicht wird das dann abgeschlossen werden. Vielleicht kommt die Chance nicht nochmal, ja. Ja, wir haben hier unterm Deck zwei der Stäbe, ja, du musst eine Entscheidung fällen. Ja, Sternkarte, Wunscherfüllung und 10 der Kelche. Das ist ja das, was wir hier haben, was nicht so richtig ins Rollen kommen möchte. Ja, da greifen die Zahnräder nicht so ineinander, aber das ist hier das, was sich hier hinter dieser Herausforderung verbirgt. Und hier auch sechs der Stäbe, Erfolg. Ich hol mir, was ich will. Tja. Gut, dann kläre ich das mal zunächst. Was ist hier die Sonne? Ja. Okay, ich muss nicht weiter. Der Teufel und hier die Liebenden, das ist ja genau das Gegenteil. Ich glaube, hier hinter der Sonne verbirgt sich eine sehr schöne Verbindung für dich. Eine ganz tolle Begegnung, ein Mensch, der sehr gut zu dir passt, vielleicht auch vom Kosmos für dich geschickt wurde. Dein Adam, deine Eva. Doch, weil du es nicht erkennst, rennst du davon, weil du sagst, nee, da verbirgt sich der Teufel dahinter. Ich traue dem Ganzen nicht. Vielleicht ist auch wirklich einer noch in einer Verbindung. Hier haben wir die Kette und hier haben wir drei der Kelche. Okay, warum hier der Ritter der Schwerter? Mäßigkeit. Ach, der Kelche. Sechs der Kelche sagt mir, das ist starke Nostalgie, Vergangenheitsenergie. Sechs der Kelche ist eine Seelenverbindung. Wir haben auch hier mit den Liebenden eine seelische Verbindung, sehr starke Anziehung. Man kennt sich irgendwo, auch wenn du sagst, das ist jetzt ein Mensch, den kenne ich erst seit einem halben Jahr. Trotzdem ist das Gefühl da, man kennt sich schon ewig. Das kann auch eine karmische Verbindung hier anzeigen. Ja, und die sind meistens schwierig. Also, ich sehe erstmal, dass es sich vornehmlich um das Private, um die Liebe, um Gefühle dreht bei dieser Legung. Ja, wenn du sagst, nein, bei mir geht es hier ums Berufliche, ausschließlich um den Beruf, um das Geld. Dann versuche bitte die Legung darauf umzusetzen, nicht umzusetzen, umzudeuten, ja. Dann versuche die Legung zu übersetzen. Okay. Also, die Mäßigkeit und Acht der Kelche. Hm. Jemand ist hier drauf und dran zu gehen. Ja. Hier geht es um Heilung. Jemand muss heilen. Man möchte vielleicht auch heilende Gespräche führen. Man möchte vielleicht auch mit jemandem sprechen und sagen, bevor du gehst, komm, lass uns nochmal sprechen. Hier könnte auch mit dem Ritter der Schwerter jemand im letzten Moment sagen, komm, ich will nicht, dass du gehst. Bitte bleibe. Ja. Man möchte vielleicht jemanden beruhigen, dass dieser Mensch nicht geht, weil man sagt, das ist hier meine Seelenverbindung, das ist mein Seelenpartner. Man möchte hier irgendwo Frieden schaffen. Kann bedeuten, dass ein Gegenüber mit dir Frieden schließen möchte und du aber sagst, nee, ich will das nicht. Oder jemand ist drauf und dran zu gehen, die Situation mit dir zu verlassen, weil vorher vielleicht auch mit der Mäßigkeit zu wenig Schwung drin war, zu viel Zurückhaltung. Und du jetzt losgaloppierst und sagst, nein, nein, ich muss mir das holen, weil das ist hier mein Seelenverwandter. Okay, ich gucke mal jetzt hier bei sieben Kälte, was ist das? Zehn der Münzen. Teufel zeigt sich wieder. Königin der Schwerter. Neun der Kälte. Hier zeigt sich eine Königin der Schwerter. Ich habe das Gefühl, dass das dein Gegenüber ist. Die Königin der Schwerter, die mag keine Unklarheiten. Die mag das überhaupt nicht. Wenn die Situation zu diffus wird, dann kann die Königin der Schwerter auch sagen, so, Schluss, aus, ich gehe. Das ist mir hier nicht transparent genug, weil die Königin der Schwerter ist auch immer darauf bedacht, einen klaren Kopf zu behalten. Hier im Rücken hat sie Zehn der Münzen. Hier kann das eine familiäre Verbindung geben. Oder es geht hier sehr stark um die Finanzen. Ja, ist im Rücken der Königin. Hier sind wieder Kälte. Vielleicht geht es hier um einen Spannungsaspekt zwischen Gefühl und Finanzen. Neun der Kälte. Hier liegt schon eine Wunscherfüllung irgendwo da. Doch die Klarheit fehlt. Ja, möglich auch, dass die Königin der Schwerter sagt, ja, ich habe Gefühle für dich, doch ich kann mir momentan keine Familie mit dir vorstellen oder keine feste Beziehung, weil ich bin selber gebunden oder ich kann das momentan nicht anbieten. Ich will momentan frei sein. Ich will das momentan nicht so fest haben. Aber Gefühle sind schon da. Was ist hier mit diesen drei der Kälchen? Zwei der Kälche. Tot. Das sind schon wieder zwei der Kälche. Kälchkarten überall. Das ist hier die Verbindung auf Augenhöhe. Das ist hier wieder so ein Indiz für Seelenpartnerschaft. Ja, zwei kommen hier zusammen. Wollen miteinander zusammen Zeit verbringen. Können zusammen sein. Doch irgendwie, weil die drei Kälche umgekehrt sind, gibt es hier kein Happy End, ja. Man freut sich trotzdem nicht. Hier ist trotzdem irgendwas Trauriges, Schweres mit dabei. Ja, Todeskarte, loslassen. Möglich, dass hier einer von euch beiden eine Drittpartei rausschneiden muss. Ja, dass es hier eine weitere Person gibt tatsächlich. Und es ist wichtig, hier diese dritte Person, diese dritte Partei, entweder vernünftig zu integrieren. Ja, dass es da keine Eifersucht gibt. Oder aussortieren. Todeskarte. Ach, schon wieder drei der Kälche. Sechs der Stäbe. Hier ist ein Problem mit diesen drei Kälchen. Mit einer weiteren Partei gibt es hier irgendwelche Probleme. Vielleicht auch Missverständnisse. Aber es sieht gut aus hier mit zwei der Kälche. Transformation, irgendwas muss verändert werden. Ja, damit das hier klappt. Ja, wohin führt das Ganze? Wie entwickelt sich das Ganze weiter? Ja. Der Herrscher, drei der Stäbe. Ja, die hatten wir auch gerade schon, drei der Stäbe. Mhm. Neun der Stäbe. Teufel. Zwei. Die sieben Munzen und die hohe Priesterin. Ritter der Stäbe. Ja, das Gute ist, hier bist ja du, der Herrscher. Und du sagst, ich schaffe das, ja, weil wenn nicht du, wer dann? Ja. Es geht hier um Verantwortung übernehmen. Es geht hier um Strukturen. Ja, hier werden Pläne gemacht mit drei der Stäbe. Ja, aus diesen drei Kälchen, aus diesem Kuddelmuddel werden dann doch Pläne für die Zukunft, ja. Nach drei der Stäbe kommen vier der Stäbe. Das ist die feste Partnerschaft. Das ist eine Substanz, ein Fundament, wo man langfristig mit arbeiten kann, ja. Das ist ja die Hochzeitskarte. Vier der Stäbe. Und die folgt ja nach dieser Karte. Nun gibt es aber Hindernisse, und das ist hier mit diesen neun Stäben aufgezeigt. Ja, jemand hat Ängste. Deswegen könnte das Ganze hier so ein bisschen festhängen oder zähig gestalten. Ja, ich sehe deine Ungeduld hier, der Ritter der Stäbe. Ich würde es aber ganz, ganz schnell haben, und wenn nicht, dann würde ich es gar nicht. Ja, hier gibt es irgendwelche alten Verletzungen, Wunden, Enttäuschungen der Vergangenheit. Ja, jemand versucht sich hier zu schützen. Neun plus drei sind zwölf. Ja, der Gehängte. Etwas entwickelt sich langsamer wie gewünscht. Das ist möglich, ja. Das sehe ich ja auch mit diesen sieben der Münzen. Bei den Münzen geht es ja wirklich um das Konkrete, um den Alltag, um das, was man anfassen kann. Man kann ja viel träumen hier mit den Kälchen. Man kann, ja, viel planen mit den Stäben. Aber letztendlich, was am Ende rauskommt, ja, was man dann in der Hand hält, worauf man sich verlassen kann, das sind ja die Münzen. Und bei sieben der Münzen, ja, ist hier eine Blockade drin. Irgendwas gestaltet sich hier sehr, sehr langsam. Und der Grund könnte hier die hohe Priesterin sein. Entweder gibt es hier Geheimnisse auf einer Seite. Oder jemand hält sich hier extrem bedeckt. Ja, jemand hat hier Geheimnisse. Jemand ist vielleicht sehr verschwiegend, zurückhaltend. Fischeenergie ist das hier. Die hohe Priesterin arbeitet intuitiv. Da geht sehr vieles vor bei ihr. Da entsteht sehr vieles im Verborgenen. Aber die hohe Priesterin sagt ihr nicht alles direkt, ja. Die beobachtet auch sehr viel, die hohe Priesterin. Das arbeitet da im Stillen. Und wenn der richtige Moment gekommen ist, dann sagt sie das. Vielleicht. So, dann kläre ich das mal. Was ist hier noch? Ja. Tingel-Tangel, zwei der Münzen. Ja, nein, Gummibaum. Ja, zwei der Münzen. Hier die hohe Priesterin ist auch eine große Arcana. Vielleicht ist das hier, ja, das ist hier die Wurzel des Ganzen. Entweder geht es hier um diese Person oder es geht hier um Geheimnisse. Ja, vielleicht möchtest du auch etwas nicht preisgeben. Ja, hältst dich bedeckt. Kann auch sein. Und deswegen entsteht hier so ein Hin und Her. Ja, aber hier haben wir die Sternenkarte, die Wunscherfüllung. Ja, zwei der Stäbe, Pläne, Entscheidungen schon wieder. Aster Münzen. Eine wertvolle Chance. Königin der Stäbe, deine Energien. Ja, ich glaube, es lohnt sich. So, was sind denn das hier für Pläne mit drei der Stäbe? König der Stäbe und sechs der Schwerter. Schon wieder die hohe Priesterin. Das ist deine Energie. Du bist ja der König der Stäbe, egal ob du Mann oder Frau bist. Du willst hier mit jemandem ein ruhiger Gewässer. Du willst mit jemandem eine Veränderung. Du willst irgendwelche unruhigen Zeiten hinter dir lassen. Schon wieder das Geheimnis, schon wieder die hohe Priesterin. Irgendwas zu überwinden, irgendein Geheimnis. Noch eine. König der Münzen. Stabilität. Ein fester Job. Eine feste Partnerschaft. Eine zweite Person zeigt sich hier. Irgendwie die Vergangenheit hinter dir lassen oder die Vergangenheit deines Gegenübers willst du irgendwie verlassen. Umziehen, möglicherweise auch Pläne für Umzug. Und da sich irgendwie stabilisieren. Irgendwo anders seine Wurzeln legen. Was ist hier auf den Herrscher? Siebende Nunzen. Der Herrscher muss warten. Die hohe Priesterin schon wieder. Das mag ja der Herrscher gar nicht. Ob man da warten muss. Bäh. Ja, guck mal hier. Dieser Rock, der wird schon ganz rot. Und bald auch der Kopf, ne? Was sind hier diese Belastungen der Vergangenheit? Diese Ängste? Rückschläge. Was ist das? Oh, hier zu viel. So richtig. Es sind aber ganz schön viele Karten gekommen jetzt. Sechste Kelche schon wieder. Vergangenheitsenergie, Nostalgie, Seelen, Verwandtschaft. Mit drei Demünzen will man hier eine feste Basis aufbauen. Ja, das ist schon mal sehr gut. Schau mal. Diese siebende Münzen. Ja, dieses Warten. Warten, warten, warten. Plus drei Demünzen ergibt ja zehn Demünzen. Dann ist es perfekt. Dann ist es auch öffentlich. Ja, dann macht man eine Beziehung öffentlich. Dann hat man eine öffentliche Partnerschaft. Man zieht eventuell zusammen. Man macht Absprachenpläne und kann sich darauf verlassen. Ja, darauf wartest du ja, dass das hier kommt. Ähm, der Wagen. Man will dem ganzen Tempo verleihen. Aber man wird immer wieder zurückgepfiffen hier mit diesem Ritter der Münzen. Ja, der nimmt wieder das Tempo raus. Ja, du willst hier mit jemandem in diesen Wagen steigen und losfahren. Aber der andere sagt, nee, ich reite lieber alleine. Aber der Ritter reitet langsam in die zehn Kälte. In das, wo du hinmischstest eigentlich. Ja, was für dich vorgesehen ist. Auch wenn du es momentan noch nicht glauben magst. Hier könnte auch für dich oder dein Gegenüber die Vergangenheit eine große Rolle spielen. Ja, dass es deswegen so zähl verläuft. Hier der Hierophant. Vielleicht war einer von euch mal verheiratet. Oder es geht darum, gemeinsam zu heiraten. Gemeinsam ein festes Fundament aufzubauen. Und das ist hier die Herausforderung. Ja, sieben der Stäbe. Hau ab, ich will dich nicht. Nicht so, nicht jetzt. Erst der Schwerter. Doch, doch. Naja, mal gucken. Was ist hier mit diesen sieben Münzen? Zehn der Schwerter. Ja, jemand muss hier sein Gedankengefängnis verlassen. Irgendwelche Sorgen müssen hier enden. Ja, jemand hat hier Sorgen, Kummer, Probleme am Hals. Vielleicht auch die Vergangenheit. Und das muss hier bewältigt werden. Und wer bist du das oder dein Gegenüber? Könnte hier stark mit der Vergangenheit auch zu tun haben. Ja, die hohe Priesterin. Ja, jetzt kläre ich doch mal die hohe Priesterin. Mal gucken, ob sie ihr Geheimnis lüftet. Acht der Münzen. Acht der Schwerter. Ja, jemand hat hier unglaublich viel zu tun. Muss sehr viel arbeiten. Vielleicht auch beruflich sehr stark eingespannt. Und das fesselt diesen Menschen. Das macht diesen Menschen unfrei. Vielleicht ist jemand so stark beruflich eingebettet. Vielleicht auch viel Verantwortung mit Familie. Und das man nicht so richtig raus kann. Das ist ein Hamsterrad hier. Ja, vielleicht ist jemand auch workaholic. Okay. Hm. Sieben der Schwerter. Diese sieben der Schwerter haben was mit der hohen Priesterin zu tun. Jemand flüchtet. Ja. Jemand hält sich immer wieder zurück. Oder er findet Ausreden. Lügen. Also es müssen jetzt nicht bösartige Lügen sein. Aber jemand drückt sich hier von der Entscheidung. Hier sind zwei Schwerter. Und hier ist die zweite große Arcana. Jemand sagt, ich habe ganz viel zu tun. Ich kann jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Aber ja. Hier haben wir auch die Königin der Münzen. Die hat die auch sehr viel am Hals. Die ist ja sehr verantwortungsbewusst. Die arbeitet. Die kümmert sich um ihre Familie. Doch ich sehe schon mit diesen drei Stäben, dass dieser Mensch auch mit dir Pläne schmieden möchte. Dieser Mensch hat das auch vor. Und ich glaube, dieser Mensch will das hier auch richtig machen mit dir. Also einerseits ist dieser Mensch sehr stark, wie gesagt, mit anderen Sachen beschäftigt. Andererseits ist hier sehr starkes Interesse auch, mit dir etwas langfristig Stabiles aufzubauen. Und dann haben wir hier den König der Münzen und die Königin der Münzen. Das ist schon was Handfestes. Das ist eine lange Partnerschaft. Das ist eine lange Verbindung. Also eine, die sehr, sehr lange anhalten darf. Das ist auch so ein klassisches Ehepaar. Das ist hier vielleicht so ein Langzeitprojekt. Also ich sehe hier nichts kurzfristiges, nichts Flatteriges. Es sind Münzen da. Ja, es sind Kelche da. Und mit den Stäben macht man die Pläne dazu. Aber es dauert halt lange, ja. Nun mal hier diese Wartekarte, sieben der Münzen. Ja, dieses Umsetzen in der Realität. Sich treffen, zusammenziehen, etwas planen, ja. Urlaub planen gemeinsam. Sich regelmäßig treffen. Das ist hier so ein bisschen der Stolperstein. Das dauert ewig lange. Ja, weil mit sieben der Schwerter drückt sich einer hier davor. Und ja, du dann gegenüber. Hier, sieben der Kelche ist auch das, was dich hier verwirrt. Es verwirrt wahrscheinlich auch dein Gegenüber. Und der Teufel zeigt sich hier. Ja, schön. Teufel und fünfter Münzen. Immer wieder Ängste, die hochkommen, dass man verlassen wird, dass es nicht klappt. Deswegen, ja, weil man zweifelt dann, ne. Wenn man dran arbeitet und sich Mühe gibt und dann kommt man immer nur so ein paar Millimeter voran. Dann kommen hin und wieder auch Zweifel, dass das nicht funktionieren wird. Ja. Also in diese... Da muss auf jeden Fall Ordnung geschaffen werden. Und dafür bist du ja prädestiniert als Herrscher. Ja. Der Höhenflug ist für mich auf jeden Fall die zweite Kelche. Ist diese Verbindung, die dich hier erwartet, die zu dir kommen möchte. Ja. Mit der geheimnisvollen Hohepriesterin. Ist starke Fische-Energie übrigens, ja. Vielleicht ist dieser Mensch Fische betont. Fische-Sonne, Fische-Mond. Oder hat irgendwelche anderen Planeten. Fische-Astendent. Und vielleicht auch deswegen hier der Kummer. Ich nehme mal die Karte hier trotzdem mal raus. Ich möchte wissen, was ist hier dieser Kummer? Ja. Diese Langsamkeit. Diese Langsamkeit. Diese Langsamkeit. Ja. Okay. Ja, ich muss hier nicht weiter auslegen. Ja. Also wir haben hier zwei Ritter. Und die sind halt sehr gegensätzlich von der Energie her. Der Ritter der Münzen. Der läuft da ganz langsam gemütlich durch die Wüste. Guckt sich noch um. Bleibt noch stehen. Macht eine kleine Siesta. Und der Ritter der Schwerter. Der will natürlich drauf los. Galoppieren. Der will Action haben. Und der kann auch mal wütend werden. Ja. Wenn das zu langsam geht, dann kann auch die Wut aufsteigen. Ja. Der ist ja auch schon hier in so einer Ritterrüstung. Hat sogar das Visier runtergezogen. Auf in den Kampf. Okay. So. Und ich habe ja gesagt, der Höhenflug. Ich glaube, das sind hier diese zwei der Kelche. Ja. Das ist das Schöne. Die Belohnung. Aber ich gucke mir das trotzdem noch mal an hier. Ja. Da haben wir wieder diese sieben Münzen, dieses Warten und sich dieses Verdrücken mit sieben der Schwerter. Bei sieben der Schwerter geht es ganz stark darum, dass hier zwei Schwerter, die Entscheidung Schwerter, nicht mitgenommen werden. Ja. Man nimmt hier die fünf Schwerter mit. Man hat Angst, im Ego gekränkt zu werden. Und bevor man hier eine falsche Entscheidung trifft, verdrückt man sich lieber. Und der andere wartet dann und ist ganz einsam und fühlt sich verlassen. Also ich denke mal, weil hier diese Quersumme zwei ist. Also hier ist ja dieses Labyrinth, ja. Diese Verwirrung. Und ich glaube, es ist möglich, diese Verwirrung sehr schnell zu überwinden. Wenn man nicht die Tendenz aufzeigt, dass man hier flüchtet. Ja. Wenn man nicht flüchtet. Nur weil es langsam uns hier vorangeht. Ja. Also hier ist so ein bisschen die Gefahr. Einer wartet und der andere haut immer ab. Oder man haut ab, weil es zu langsam läuft. Möglich auch, dass man hier im Höhenflug unterwegs ist. Dass einen sowas hier total beflügelt. Und dann will man ganz schnell und sofort in die Arme des anderen und sofort da Traumschlösser bauen und dass es dann zur Frust kommt, ja. Wenn das hier nicht so schnell läuft. Also es ist möglich, ja. Es ist möglich, wenn man das Richtige tut. Wenn man vielleicht auch weiß, wie man dieses Labyrinth verlassen kann. Nicht jeder kann das, ja. Es gibt Menschen, die schaffen das. Ja. Die sind sehr intuitiv. Und wie gesagt, die Gefahr liegt hier, dass man hier in diesem verträumten Höhenflug ja diese Stolpersteine hier übersieht oder dann vielleicht irgendwas Falsches macht in der Situation, weil man ungeduldig ist. Aber hier haben wir die Sternkarte, die Wunscherfüllung schon wieder. Also, ja, du musst dranbleiben, lieber Wetter. Kurz und knapp gesagt. Ja. Liebe Wetter, ich komme jetzt zum Ende. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und, ja, vielleicht bis bald wieder. Alles Gute an euch, ja. Ciao.